Liebe Leute, hier ist der Luca Henni, herzlich willkommen bei mir in der Küche und es wird wieder gekocht. Heute gibt es eine leckere Lachsfiletpasta. Also das Lachsfilet, da zeige ich euch gleich, wie ihr die Haut einfach abkriegt, ganz einfach. Dann ein bisschen Zwiebelchen, ein bisschen Lauch, ein bisschen Zucchini. Es geht los. Ja, guck mal an. Perfekt. Ich nutze euch einfach die Pasta kochen. Neun Minuten. Ich benutze meistens die Fünfer. Leute, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen und habt einen guten Appetit. Ciao, ciao.